Also ich würd' sagen, eine Runde reißen wir noch, oder? Ja. Ja, schon. Okay, coole Mann. Mei! Let it slow, let it slow, let it slow. Geile Mann! Mann! Juhu! Okay, es gibt viel Munition, aber wenig Waffen anscheinend. Irgendwie ein ganz schlechtes, alles viel. Okay, wir haben wieder Waffen. Was ist der Digi? Oh mein Gott, echt? Digi ist die Pistole. Ich hab' eine Digi. Das ist die Macht der Pistolen anscheinend. Ja. Da gibt's ein paar. Ein paar, ein paar viele. Okay, Granaten, Pistolen. Ich hab' noch nie eine Granate. Jetzt? Ah, ne. Jetzt ist es warm. Okay. Okay. Ah! Was war das? Wir laufen da rum. Wir laufen da rum. Wir laufen da rum. Hallo? Ich weiß nicht. Mach keinen Scheiß. Ich tu dir nix, du tust mir nix. Okay, da ist Jochi, oder? Ja. Hallo? Gar nicht wahr. Ich war's vorher auch und hab Little R ein paar Mal mir vorbeilaufen lassen. Was? Wir hatten da Weihnachtsmusik gleich. Saria hat zum Weihnachtsmusik auf. Nee. Oh fuck! Mach! Jochi ist es! Fuck! Ich hab's doch gewusst, das stimmt was nicht. Ich will da rein! Geil! Geil! Oh! Au! Au! Ja! Ja! Die Biene töten zu langsam, mein Freund! Ah! Schau! Geil! So total! Er ist ja so extrem, so krank! Warte, ich komm mal auf das Blöcke. Okay, ich hab mich auch getötet, nice. Alter, die Biene sind sau laut, ne? Ja. Wow! Die sind echt... Es ist... Das Zwirn ist schon schlimm. Aha, die werden... Die gehen immer noch auf die... Ja, ja, eben. Die gehen auch auf den, der es wirft, dass das was gefährlich ist. Aha! Ah, Jochi, die Sackrappe, ne? Ich hab ganz eklig schmeckende Chips. Geil! Oh Mann, ich hätte... Heute hätten's in Kurs welche gehabt... Er hat gewonnen. Ähm... Die... Der Traitor hat verloren. Also Innocents haben gewonnen. Ich und... Er haben gewonnen. Weil wir Jochi getötet haben. Ähm... Also Sari hat Jochi getötet. Ich war noch am Baffi suchen. Es gibt einen Innocent, die Survivalist. Ist nichts anderes als Innocent, kann man sagen. Und es gibt einen Traitor. Jochi, was machst du da unten? Wer? Jochi? Jochi? Wo war das jetzt? Ich hab grad geschlafen, irgendwie. Ah... Hey! 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 Little R? Das war jetzt nicht mal ein Verdacht, das war einfach klar, sie ist es. Guten Tag, guten Tag. Das erste Mal, dass ich auf die Treppe runtergekommen bin, ohne zu sterben. So, warte mal. Warte, wo haben wir den Tagherz hin? Weil hier irgendwo im Hintergrund habe ich Weihnacht. Ja, es ist ja so eine X-Mess Map, keine Ahnung. Das ist die Map, du musst Musik ein- ... LOL, da läuft hier schon Radio und da läuft einfach Last Christmas. Irgendwo muss da Radio sein, weil ich hab noch nichts gehört. Wir haben noch nicht. Wie haben wir denn das für eine scheiss Waffe? Jingle bells wacke. Dingle bells ringle bells ringle. Ich würde gern, ich, ich. Das Problem ist, ich bin mir da jetzt nicht sicher ob ich den drehe. Bitte wie? Spotify Weihnachtsmusik Wo läuft die Musik? Da stehen überall so kleine Radios auf der Map rum Und da kriegst du Musik, genau Oh, was ist denn das? Da muss irgendwo ein Song Ah, da liegt er Nice, danke schön, Ratze Au Was ist gleich wieder los? Ich habe mir gerade wieder meine Knochen gebrochen Cool, kann man machen Ich kann mir das jetzt anschauen Was, die Radios? Nein, nein, da hat ein Ton Was ist denn das schon wieder für eine lila Wolke? Keine Ahnung Nice Ich habe ein Radios gefunden Wo geht es jetzt da hin? Hey, wieso schießt du? Vielleicht, weil er Traitor ist? Wäre jetzt mein Ansatz Was? Ah, ok Da, ja, da, ja, ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Was ist, ja, 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 ja Ich erkunde die Map Ja, 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 mach mich nervös Oha, wer ist da gekommen? Der Jochi Der Jochi ist am Stüsseln Ein bisschen mal ein Nüssel und Joche ist gefährlich. Ok, das Lila ist jetzt mal gut. Hm... 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 Anix, merkt sich dabei. Mann! Hi! Joche, kommt auf mich zu! Man ist mir so leise. Warum visiert der so komisch? Ich weiß es nicht. Jochi, bist du Traitor? Jochi, visiert mit der Hand und... Nee, jetzt ist er wieder weg. Er schaut aber immer wieder zu mir. Ja, weil ich dir nicht trau. Der verarscht dich. Schnell, linke Barzille. Weit weg von links. Eine rechte Barzille. Egal. Ich hab so viele rechte Barzille. Was? Hm... Also es ist wirklich schwer. Ist es Jochi oder ist es Lila da? Hm... Ja, je länger du halt spürst, dass du... Max, hi. Ich bin mir echt nicht sicher, ne? Ich mein, von Lil' R bekommt man gar nichts mit. Au, ich hab mir gerade die Knochen gebrochen. Also wenn Lil' R ist wer... Mich braucht keiner erschießen. Da läuft Lil' R rum. Wenn Lil' R ist wer, dann hätte sie doch schon längst attackiert irgendwas. Oder die läuft nur rum. Absolut... Absolut planlos. Ja, ich bin auch planlos. Weil ich mich auf die Mappe komplett nicht zurecht finde. Okay, so drum ist Lil' R. Wo bist du bitte, wenn du mich da und siehst? Gar nicht. Dunkel. Ich sehe alles. Danke. Cool. Max, klar. Mir geht's gut, hoffe ich dir auch. Ah, da oben auf dem Dach steht jemand. Lil' R sitzt jetzt. Hi, okay. A few of guys. Auf jeden Fall 45 Sekunden, ne? Ja. Ich sehe irgendwie in der Mappe nicht so gut. Ich glaube, dass es Lil' R ist, oder? Ich glaube... Ich glaube, es ist Lil' R, ne? Ich hab echt einen Verdacht, weil ich auch draufgehalten. Wo er die Möglichkeit hat, das ist Lil' R, oder? Läuft's. Ich hab beim Jochi auch nicht draufgehalten. Da oben ist der Jochi. Im Haus und läuft Amok. Kann man im Haus Amok... Auf wem schießt du bitte? Und vorbei. Innocent Wind. Wer war jetzt der Traitor? Ich war der Traitor. Warum hast du nicht attackiert? Ich war genau hinter dir. Ich hab mich nicht gefunden. Genau über dir. Steht sie bei dir auch noch? Ja klar, da steht sie. Ja? Ja? Ja, aber ich hab euch nicht... Ah! Ein Gestalt Ring! Ich hab mich die ganze Zeit nicht gesehen. Willkommen zu... Seht ihr mein Licht? Hallo? Seht ihr mein Licht? Ja, ja. Jetzt seh ich euch ja. Auf F kannst du Licht machen, ne? Entschuldigung. Okay. Und... Los geht's! Alter, geil! Macht mega Spaß! Jochi... Ne... Er schläft schon wieder? Nicht immer ist der Jochi hier am Schlafen. Ja, aber man ist es gewöhnt. Ach so. Danke. Winchester. Mois. Ne, 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 ne. Tja, weiss ich war halt auch der Akademie-mi-mi. Ach, leg mich doch! Warum kann man nicht Traitor sein? Schauen muss er immer innocent sein. Döööö, schon wieder. Langweilig! Wieso komm ich eigentlich immer dahin, wo Last Christmas läuft? Weiss ich nicht, weil du nur auf Last Christmas stehst. Ich hasse dieses Lied. Please speak German. I don't... Super Sache. I don't very good English. Warticke mit Englisch? Was sagt Gott? Ja... Ich rede Deutsch oder vermiss dich. Wer Chips und Fisch frisst, hat doch nichts verloren. Ich bin erst wieder am Einlernen. Und mein Vokabular lässt noch etwas zwischen übrig. Nicht, dass ich das jetzt verstehe, aber... Ah! Wer ist Traitor? Irgendwer ist Traitor. Irgendwer hat mich... Ja moin! Wichser! Du Sackratte du! Ich hatte nicht mal noch eine Mappe! So geil! So geil! Steht einfach oben und checkt nicht, dass ich von hinten komme. Geil! Geil! Mann! Wie cool! Der Jochi war es jetzt, oder? Ja, Jochi war es. Jochi war Traitor, okay? Hallo! Ich liebe es! Ich liebe es! Also diese Mappe ist echt ganz anstrengend. Das ist mega nice! Ja, du verstecken kannst dich überall. Hallo, guten Tag! Von hinten! Von hinten! Ja, von hinten! Was ist das jetzt? Wer schießt... Muss ich schauen. Weil morgen bin ich jetzt immer unterwegs. Muss ich schauen. Vielleicht am Sonntag oder was. Keine Ahnung, ich kann es nicht versprechen. Okay! Ich habe wieder so eine Scheißwaffe. Mann! Ich will eben... Hast du eine Scheißwaffe? Kann ich den nicht einfach mitnehmen, den Radio? Wieso willst du permanent Musikern? Du bekommst aber einen Strike bei den Dingen, bei YouTube. Wenn du die Musik hörst, die du nicht hören darfst. Ja, nein, das geht doch nicht. Ich will ja die... Ah, wer schießt denn da schon wieder? Ah, genau. Achtung! Wer ist denn da schon wieder am Schießen? Nein, ich wollte nur... Ich habe nur... Ich habe nur getestet. Waffen. Und nehme immer eine andere rauf als ich... Nein, ich weiß ja... Ich brauche ja viel... Okay. Nein! Nein! Okay, Sari... Ich denke mal, Sari ist... Was ist denn verarscht? Wo ist denn der Jochi schon wieder? Er ist immer so still, ne? Ich bin ja leicht, ich verrat mich. Ich weiß ja, wenn man... Wenn man Musik hört, wo man keine Lizenz hat... Muss man ja kaufen. Darf man glaube ich, ne? Aber das kostet ja Unsumme. Das tue ich mir sicherlich an. Ja, je nachdem. Wenn du beim Netzwerk dabei wirst, dann kostet es dir nichts, ne? Aber du musst es erst ins Netzwerk schaffen. Ja, da bin ich zu klein. Nein! Das ist sau schwer da rein zu kommen, ne? Das glaube ich dir. Auf jeden Fall, also unter ein paar tausend sollte man gar nicht helfen. Ja. Was war so ein Tagesding, 8000 Klicks oder was am Tag und so weiter und so fort, ne? Ja, das ist schon klar, ne? Ja, das ist schon klar, ne? Es hat mal geheißen... ...drebenen Spiele... ...mit einem gewissen Quantum oder so gehen auch, aber... Ich habe keine Ahnung, also... Das lasse ich nicht rein. Ah, wo geht's denn rein? Ah, da geht's auch noch unten. Kennst du den Hörler? Ne, dabei mache ich ja noch mal Spaß. Jochi, wo bist du? Ey, der versteckt sich irgendwo. Ah, mein Ding... Mann! Nice! Ich hasse dich! Einfach ein Jochi umweg geratzt, bevor er irgendwas sagen konnte, ist schon der Pumarang geflogen. Boom! Sorry! Mann, es ist geil! Herrlich! Herrlich! So geil! Du willst sein so ein Sack! Es ist so geil, also... Ah! Scheisse, mir tut da alles weh vom Lachen. Ohne Scheisse, ne? Mann, ich möchte dich boxen und kann nicht. Ich möchte dich... Ah, herrlich! Herrlich! Es ist einfach... Das Spiel ist einfach pure Liebe, ne? Es wäre bestimmt noch viel witziger, wenn zwei Leute mehr wären oder so. Ja, also zu viert wäre geil, zu viert wäre mega. Wir müssen noch einen vierten finden. Wo das Mikro und alles passt, was man mit wuscheln kann. Wir brauchen noch ein viertes Opfer. Hab ich heute einen Vortrag gehalten? Ja. Beim letzten Mal hat das super funktioniert. Und dieses Mal habe ich voll verschissen. Waffe? 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 Kann ich die haben? Nein! Ah! Hallo! Nein! Wer ist das? Joche! Schon wieder? Ja. Aber nicht mal eine Waffe! Boah! Boah! Oh! Boom! Win! Ja! Ich hatte eigentlich gewocht, dass du von der Granate Schaden kriegst, weil er da ... Ich habe schon gesehen, dass du eine Krawatte geschmissen hast und dann habe ich gesagt, das machst du öfter. Wer weiß, wer weiß. Und dann aber, jo moin, jo moin. Es ist alles Logik, aber gut. Also das, mein Lieberfreund. So. Aber das habe ich jetzt echt hingekriegt. So Leute, wollt ihr noch eine Abschlussrunde spielen oder wollt ihr gut sein lassen? Ne, ich muss leider gut sein lassen, ich muss morgen aufstehen.